Der eSports Advanced Manager soll, nachdem man die erste Orientierung und auch das grobe Verständnis gefunden hat, helfen dabei, wirklich professionell im eSports auch im Beruf agieren zu können. Das heißt, man soll wirklich Teilsysteme verstehen, tiefes Verständnis für diverse Teilbereiche im eSports aufbauen und diese dann im Beruf auch nutzbar machen können.